Vier typische Fotografiefehler schauen wir uns in diesem Video an. Also bleibt dran, gleich geht's weiter. Hallo, ich bin Lars vom Kanal Lars fotografiert und filmt und wir legen direkt mal los mit vier typischen Fehlern und ich zeige euch jeweils Bilder dazu, um das besser zu verdeutlichen. Ganz wichtig, es gibt nicht den Fehler per se, den typischen. Manchmal macht es Sinn, sich über bestimmte Regeln hinwegzusetzen, manchmal ist auch ein Bild, bei dem gar keine Regeln beachtet werden, gut. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die häufig halt nicht so richtig passen. Und wir sehen es auch, man kann auch mehrere Fehler im gleichen Bild machen. So, schauen wir uns hier einfach mal, klicken wir uns einfach mal durch. Das ist das Bild aus der Fahrerkabine eines Phönikuläres, also einer Standseilbahn. Irgendwo im Tessin, das sieht man hier noch und das ist einfach so ein Wimmelbild. Ja klar, mich hat das irgendwie in dem Moment so ein bisschen beeindruckt da, diese Aussicht da hoch. Aber es ist die falsche Perspektive, als ich das Bild danach angeschaut habe. Ich habe jetzt leider kein Bild, wie man es denn hätte besser machen können. Da muss ich einfach sagen, das ist ein Bild, das kann man nicht irgendwie, das macht keinen Sinn. Entweder hätte man hier so ein bisschen die ganze Armatur hier bringen können oder vielleicht von der Seite irgendwie so eine Perspektive hoch oder wie die Bahn vorbeifährt. Ja, jedenfalls so ist es einfach nichts. Nächstes Bild, mein Motorrad, beziehungsweise es war sogar ein Leihmotorrad, was ich hatte. Nach einmal im Jahr noch eine Tour, bin früher auch selber viel Motorrad gefahren, hat ein eigenes Motorrad inzwischen nicht mehr. Und gerade früher, wo ich noch ein eigenes Motorrad hatte, ich habe ständig mein Motorrad fotografiert. Und ja, das ist für einen selber halt schon okay, das kann man auch machen, aber das sind jetzt Bilder, wo man Tritte einfach nicht vom Hucker reißt. Interessanter wäre es gewesen, wenn jetzt hier eine super Bergkette oder vielleicht sogar irgendwie das Zeltlager hinten dran gewesen wäre. Oder ja, eben eine Gruppe von Motorradfahrern, hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr ausgesagt, aber ja, so einfach nicht interessant. Da sollte man vielleicht das noch mit irgendeinem interessanten Hintergrund aufpeppen oder halt schauen, dass man die Bilder nur einfach für sich schießt. Ja, hier auch was unter dem Stichwort langweilig, es ist irgendwo ein Blick über Wiesbaden. Ja, was hat mich da begeistert? Wahrscheinlich so diese Fahne hier und dann diese bunte Hauswände. Aber ja, das ist zu weit, finde ich, zu weit geschnitten. Man hätte vielleicht dann nur die Hauswand machen sollen oder nur den Fahnen. Es ist so ein Wimmelbild, wo jeder denkt, naja, schön, was hat er da geknippst, da war er halt mal. Naja, und die Stadt selber ist ja so, die einzelnen Häuser sind ja auch nicht wirklich toll. So, das war Fehler Nummer 1, langweilig. Jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 2, und zwar, dass man eine Person quasi so fotografiert, dass der Kopf in der Bildmitte ist. Das macht man häufig so automatisch. Es gibt ja auch so, es gibt eigentlich auch eine Regel, dass man das eher auf ein Drittel setzen sollte, aber vor allen Dingen halt nicht so einen riesen Bildeinsatz hier über dem Kopf. Denn was soll der jetzt? Das ist eigentlich so ein nicht-sagender Bildeinsatz. Geschickter wäre es jetzt hier gewesen, wenn man das Ganze hier so ein bisschen beschnitten hätte und dann quasi so nur diesen linken Teil genommen hätte. Das hätte man dann so noch ein bisschen retten können, aber das ist so halt nicht so geschickt. Entweder Person, Format füllend halbwegs drauf, oder es kann auch Tiere, Hund, Katze, Maus, auch alles Tiere sein. Aber ja, denkt dran, nicht so viel Hintergrund. Man sieht hier auch, die hätte man hier wirklich abschneiden können, weil das irritiert und das ist noch das Schild. Äh, nee, nicht gut. Fehler Nummer 3, Technik soll alles retten. Man kauft sich dann gern mal, wenn man die erste Kamera gekauft hat, ein paar Objektive dazu und dann kommt das Objektiv mit der 1.8er Blende, super Sonnensterne macht die dann und man versucht dann ständig irgendwie mit der 1.8er Blende Porträts zu machen, merkt dann gar nicht, dass ein Auge unscharf ist oder erfreut sich dann an diesen Sonnensternen, die es dann von der Blende her gibt. Aber ja, so ein Stern allein, der macht halt leider keine, kein gutes Foto. Dann, Fehler Nummer 4, Chaos im Bild nicht erkennen. Passiert mir immer noch sehr häufig. Hier sieht man so ein Beispiel, man könnte jetzt auch hier sagen, der ist auch nicht so formatfüllend drauf. Ähm, hätte man jetzt vielleicht auch ein Hochformat machen können, dann wäre immer noch die Frau da hinten so ein bisschen störend gewesen. Ähm, der Herr lenkt hier auch ab mit seinem Roten, mit seinen Farben, fast genau den gleichen Farben hier, äh, wie auf dem Bild. Hochkaltbild hättest du ja also gerettet, aber die Dame hier hätte halt eigentlich noch weg sein müssen. Da hätte man sich vielleicht so ein bisschen umdrehen können und die dann quasi wegbringen. Hier auch, ähm, ich habe sogar eine Laterne aus oder der Protagonist hier und es ist einfach zu viel verschiedenes Zeug hier. Das, dieses Verbotsschild hier, ähm, das lenkt den Blick ab, diese rote Laterne. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen in einen anderen Winkel schießen können, dann wäre die Laterne nebendran im Wellen noch ganz schön gewesen, so leicht schräg von der Seite, aber so einfach zu viele Elemente auf dem Bild und das nicht so richtig sehen, der Betrachter weiß nicht, was man will. Hier ist eigentlich nur die, sind diese Überwachungskamera-Wand drauf, das ist eigentlich im Prinzip ganz gut, aber der Hintergrund passt einfach nicht. Der Hintergrund ist zu unruhig, hier einmal diese, wahrscheinlich Parkhaus und dann so schräg rüber der Baum, das lässt das eigentliche Objektiv hier wirklich in den Hintergrund rücken. Genauso wie hier, ähm, die Osteria, eigentlich ein sehr schönes Haus, mir ist irgendwie toll gefallen, äh, aber, ja, ich habe es halt nicht ganz drauf gekriegt und dann natürlich der Parkplatz und dann die Leute noch, da lenkt der Blick viel zu sehr ab. Also auch hier das Chaos im Bild nicht beachtet. Wenn du also bessere Fotos machen willst, dann achte doch mal drauf, dass du möglichst auch für fremde Betrachter nicht ein langweiliges Bild, sondern ein interessantes Bild schießt. Oftmals hilft es, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie kann das denn heißen, irgendwie zum Beispiel Katze im Gras oder so, und dann ist es halt wirklich nur die Katze im Gras und nicht die Kuh und noch was nebendran. Oder hier wäre es zum Beispiel Osteria, dann wäre es wirklich nur die Osteria und man hätte einen entsprechenden Winkel, Bildwinkel finden müssen. Fehler Nummer zwei, war der Kopf zu sehr in die Bildmitte? Schau, dass du deine Models, dein Motiv irgendwie Formatfüllend draufbringst. Ist klar, manchmal muss noch ein bisschen Hintergrund mit drauf. Fehler Nummer drei, nicht so technikverliebt sein. Und ja, ich brauche jetzt das neueste Objektiv, damit das Bild noch besser wird. Das kommt viel mehr auf die Bildgestaltung an. Und Fehler Nummer vier ist eben so dieses, weg von diesen Wimmelbildern, das Chaos im Bild übersehen. Wirklich schauen, habe ich bestimmte Punkte, habe ich wirklich nur das drauf, was ich wirklich haben will und nicht noch irgendwie zig andere Leute oder dann wirklich noch, wie in dem Beispiel hier, das fand ich noch ganz gut, dass dann hier so gerade die Farben hier noch entsprechend von was übernommen werden und der Blick einfach mega in den Hintergrund gezogen wird. Das waren so viergängige Fotografiefehler. Ich freue mich über deinen Kommentar, natürlich auch über Likes. Und wenn du das Video an deine Freunde und Bekannte weiterleitest, vergiss bitte das Abo nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund. Ciao. Und ach ja, ich habe natürlich auch einen Instagram-Kanal. Freue mich, wenn du mir auch dort folgst. Der Link unten in der Beschreibung. BisBravo. No-N-G-H-E-N-G-P-T-T-T. Days seh T-T-T-T-T-T-T-T-T. B-B-M-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T.